Viele meiner YouTube-Abonnenten haben sich eine Analyse von TSMC gewünscht und deswegen analysiere ich für euch jetzt hier diese super Aktie TSMC heute. Wir beginnen mit einer Fundamentalanalyse und dann einer Chartanalyse mit dem Volumenprofil, mit den relevanten Zonen auf dem Wochenchart und dann auf dem Tagesschart und leiten auch Trading-Hypothesen ab, also Trading-Prognosen, die hier für die nächsten Wochen und Monate relevant sein werden. Wenn du diesen Content magst und meine Videos, dann lass mir gerne ein Like da, abonniere den Kanal und schreibe mir auch super gerne einen Kommentar unter das Video, beispielsweise mit einem nächsten Aktienvorschlag, die ich hier in den nächsten Videos für dich analysieren soll. Los geht's jetzt mit der Fundamentalanalyse hier von TSMC. TSMC ist der weltgrößte Produzent von Semi-Konduktoren, also von Mikrochips, Mikroprozessoren. Für alle renommierten Hersteller stellen Sie hier Prozessoren her und das ist natürlich ein Wachstumsmarkt. Das sehen wir hier an dem Langfrist-Chart, 5 Jahre und maximal hier diese Aktie. Da steckt wirklich das Gewinnpotenzial drin. Und schauen wir uns einmal die Finanzdaten an, hier die letzten 5 Jahre im Überblick. Das sehen wir hier 2019 bis 2023 steigende Umsätze, steigende Nettoerträge, also eine solide und robuste Aktie mit deutlichen Wachstumspotenzial. Schauen wir uns den vierteljährlichen Umsätze und Erträge an, dann sehen wir hier etwas Stagnation in den Nettoerträgen, auch im Umsatz. März 2024 ist etwas zurückgegangen, allerdings hier zweites Quartal 2024 schon wieder deutlich Wachstum und darauf reagieren natürlich auch die Märkte. Wir werden gleich nochmal die Gründe dafür erläutern, warum das hier erst zurückgegangen ist und dann natürlich jetzt wieder anzieht. Und schauen wir uns jetzt erstmal nochmal die Bilanz an. In der Bilanz ist ein ähnliches Bild zu sehen. Jährlich steigende Gesamtkapital, steigende Gesamtverbindlichkeiten natürlich auch. Allerdings das Gesamtkapital hier wirklich positiv. Wenn wir uns das anschauen in dem vierteljährlichen Zeitpunkt, dann sehen wir auch, dass wir hier an dem Gesamtkapital letzten Endes auch etwas stagnieren. Allerdings jetzt zum zweiten Quartal und natürlich mit Ausblick auf das dritte, vierte Quartal wieder deutliche Umsatz- und Gewinnsteigerungen sehen sollten. Den Cashflow, den brauchen wir uns nicht angucken, denn auch das ist eine Wachstumsaktie. Wachstumsaktie Cashflow ist hier nicht relevant für die Unternehmensbewertung, also für den Aktienkurs. Zusammenfassend kann man sagen, dass TSMC eine wirklich sehr, sehr solide Aktie ist. Und jetzt geht es letzten Endes darum, im Trading den richtigen Einstiegszeitpunkt und die richtigen Einstiegslevels zu finden, um diese Aktie hier auch mittel- bis langfristig erfolgreich zu traden. Das ist letzten Endes das Ziel, was wir jetzt hier erörtern werden. Da schauen wir uns einmal die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, also TSMC, hier im Wochenchart an. Und wir sehen hier im Wochenchart, jede Kerze ist eine Handelswoche. Und wir sehen auch hier diesen soliden Aufwärtstrend, der sich hier in den letzten Jahren nochmal beschleunigt hat. Also im Jahr 2024 deutliches Momentum nach oben. Wir sehen hier scharfe Korrekturen nach unten. Und diese Korrekturen, die sind hier erstmal charttechnisch alles wunderbar gewesen. Und diese Korrekturen, die sind natürlich auf die vorigen Levels gegangen. Dort, wo das Volumen lag. Dort, wo sich die vorigen Käufer positioniert hatten oder Verkäufer positioniert hatten. Und diese haben hier die Aktie wieder nach oben bewegt. Das heißt, wir sehen hier im Jahr 2024 einen intakten Aufwärtsmarkt. Und jetzt geht es natürlich darum, dass wir hier in dieser aktuellen Bewegung mal neue Eishaltos machen. Und durch diesen Widerstand, den wir hier oben sehen, bei um die 190 US-Dollar, 192 US-Dollar, jetzt auch durchbrechen. Und da sind wir jetzt schon bei der Tagesanalyse, bei der genaueren Analyse. Nämlich bei dem Finden des richtigen Timings und des richtigen, des Abwarten des richtigen Trades. So, schauen wir uns hier den Tagesschart an. Und wir sehen hier Earnings, Gap und das Gleiche kann uns natürlich auch hier. Die nächsten Earnings sind am 17. Oktober. Das heißt, bis zum 17. Oktober ist hier eventuell noch, ja, ich würde mal sagen, etwas Wartestellung drin. Denn am 17. Oktober werden die Earnings veröffentlicht. Und dann ist natürlich die Frage, gibt es hier einen positiven Ausblick für das vierte Quartal 2024 und natürlich auch für das Jahr 2025. Ich denke, dass TSMC hier mit einem positiven Ausflug die Märkte bewegen wird. Denn TSMC ist sehr, sehr solide aufgestellt. Sie hatten in der Vergangenheit und in den vergangenen Jahren hatten sie einen sehr, sehr großen Anteil an Apple. Apple ist der größte Produzent gewesen, den Semiconductor hier beliefert hat. Allerdings wurde dieser Anteil über die letzten Jahre hier immer weiter reduziert. Und TSMC arbeitet wirklich aggressiv daran, das auch weiter zu tun. Sie drängen in die Automobilindustrie vor. Sie drängen in viele, viele andere Bereiche vor. Mit wirklich hier aggressiven Entwicklungen, die sie vorantreiben. Aggressiven Investitionen natürlich aus den bestehenden Geschäften, um letzten Endes ihr Portfolio zu desertifizieren. Dass sie nicht nur abhängig sind von Apple, die natürlich immer mehr und mehr auch selbst in der Hand haben wollen und unabhängiger werden wollen von TSMC. Das ist letzten Endes hier dieser Kampf. Aber TSMC ist wirklich technologisch. Haben sie einen Burggraben? Sie sind weitführend. Und das sieht man natürlich auch hier im Aktienkurs. Dementsprechend ist jetzt die Frage, wie können wir diese Aktie traden? Und da ist natürlich zu sagen, wir sehen hier einmal diese Dreiecksformation. Diese Dreiecksformation. Ich würde sagen, wir müssen aus diesem horizontalen Widerstand 192 raus. Es gibt hier nochmal, aktuell sind wir an dem unteren Widerstand. Der ist ungefähr bei 185. Da müssen wir raus. Und dieser Ausbruch, der wird hier nicht mehr lange auf sich warten lassen und eventuell mit den Earnings, nach den Earnings hier, letzten Endes, vollzogen. Das heißt, bis zu den Earnings würde ich hier erstmal nochmal abwarten. Es sind hier, ja, ist nur noch knapp eine Woche und dann gibt es hier wieder Bewegung. Wirklich deutliche Bewegungspotenzial in dieser Aktie. So, und schauen wir doch mal uns diese beiden Levels an. Denn diese Levels und die Bewegung, die sich dann anbietet, die kann man in dem Volumenprofil natürlich auch noch mit dem vertikalen und dem horizontalen Volumen hier sehen. So, schauen wir uns einmal an, was wir denn hier für zwei Szenarien haben. Das eine Szenario, das ist das bullische Szenario. Das ist, wenn TSMC hier wirklich solide Zahlen vorliegt und wir einen deutlichen Ausbruch aus der 192 sehen, dann geht es hier weiter bullisch nach oben. Und dann sehe ich letzten Endes Ziele bei 248 US-Dollar. Ist das hier wohl gemerkt? Das ist keine Euro. Diese Ziele, die kann man letzten Endes auf Euro auch umrechnen. Das kannst du ganz einfach machen. Und dieses Ziel, das ist hier die Projektion dieser vorigen Korrektur. Solche Projektionen der vorigen Korrekturen, ja, die funktionieren. Schau dir das gerne auch in der Vergangenheit an. Ja, diese Korrektur hier, die war sehr, sehr stark im Juli diesen Jahres. Und diese, wenn wir jetzt hier aus dieser Seitwärtsbewegung oder Konsolidierung ausbrechen, dann werden die Marktteilnehmer, die sich hier in der Mitte mit dem Volumenprofil positioniert haben, die hier unten ebenfalls weiter nachgekauft haben, die werden die Aktie weiter bullisch nach oben bringen. Fundamental gesehen spricht alles dafür, dass wir hier in TSEMC weiter steigende Aktien sehen. Und ich denke auch von dem Konjunkturzyklus und von den Investitionsprogrammen, die Ende 2024 beginnen. Wir sind im Zinssenkungszyklus angekommen. Das heißt, es ist hier einfacher für große Unternehmen, letztendlich Liquidität zu besorgen. Das wird auch über die nächsten Jahre einfacher werden. Auch im nächsten Jahr 2025 wird dieser Zinssenkungszyklus anhalten. Und natürlich dann solche Trends, die wir hier gesehen haben, auch noch weiter vorantreiben. Allerdings gibt es natürlich auch das andere Szenario, das bärische Szenario. Nämlich sollte TSMC hier wirklich negativ überraschen bei den Earnings, was ich nicht glaube. Sie sind sehr solide aufgestellt und arbeiten wirklich sehr, sehr akribisch an ihrer Desertifizierung des Portfolios. Allerdings sollte es trotzdem hier einen negativen Ausblick für das Quartal 2024 geben, das vierte Quartal 2024 geben und 2025. Dann gibt es nochmal einen Rückfall unter dem Point of Control dieses Volumenprofils bei 172. Und natürlich dann auch nochmal an die Unterkante der Range. Es wird dann nochmal Liquidität wahrscheinlich geholt mit Preisleveln unter das Level von 156 US-Dollar. Dort sollten dann wieder die Käufer reinkommen und dann den Preis nach oben bewegen. Und dann wird höchstwahrscheinlich später der Ausbruch nach oben folgen und dieses positive Long-Szenario hier sich entfalten. Das sind meine zwei Prognosen hier für TSMC. Aktuell etwas Abwartestimmung. Wir sehen das hier schon, das Momentum, das geht gerade raus. Das ist hier heute am Mittwoch rausgegangen mit dieser blauen Kerze, die hier zu sehen ist. Wir sehen, dass die Marktteilnehmer hier oben nochmal abgeprallt sind. Es ist die Unsicherheit vor den Earnings, die wir aktuell sehen. Und ja, dementsprechend, wer hier schon positioniert ist und hier unten gekauft hat bei 140, 150, herzlichen Glückwunsch. Es gibt deutliches Aufwärtspotenzial. Aktuell würde ich hier die Füße stillhalten, die Earnings abwarten und dann prozyklisch den Ausbruch nach oben handeln. Oder natürlich hier auf der Unterseite dieser Range hier diese Aktie kaufen. Wenn dir diese Analyse gefallen hat und du diesen Content magst, dann lass mir gerne ein Like da, abonniere super gerne den Kanal und schreib mir natürlich auch deinen Aktienwunsch unter das Video. Ich freue mich, dich hier regelmäßig mit neuen Aktienanalysen zu versorgen. Aktienanalysen, das kommt sehr, sehr gut an bei euch. Ich mag auch das Aktientrading sehr. Und wenn du eine Strategie erlernen möchtest, wie du mittel- und langfristig hier konstant steigende Renditen mit dem Aktientrading erreichen möchtest, dann schau dir gerne meine Webseite an, kontaktiere mich für ein kostenloses Coaching und ich werde dich definitiv im Trading auf das nächste Level bringen. Ich wünsche dir viel Erfolg im Trading. Bleib unbedingt dran. Bis zum nächsten Video.